So, dann machen wir hier mal weiter. Gucken mal, wo wir hier lang müssen. Och, nicht wieder tauchen. Oder? Tauchen nur, nicht tauchen? Das ist hier die Frage. Okay, nicht tauchen. Na, das da unten brauchen wir jetzt nicht. Okay, da ist eine Käsewand. Das sieht alles sehr vielversprengend aus. Ich glaube, ich muss hier rüber. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Ein bisschen zu voreilig. Aber ich bin hier, glaube ich, richtig. Hier hoch. Und jetzt da rüber. Oh, das sieht ja abenteuermäßig aus. Gehe mich immer lang. Und jetzt. Die verborgene Stadt. Ach, du. Hier ist wieder ein Feuerchen. Gucken wir mal, ob wir einen Fertigkeitspunkt haben. Ein. Ben. Ihm. Mh-hm. Mh-hm. Vielen Dank. Es ist immer schwer, hier was auszuwählen. So, dann gehen wir mal hier weiter. Das sieht interessant aus. Schwung holen! Schwung holen! Ich glaube, ich hätte mit mir Schwung. Und wie das vielleicht geklappt. Uff. Mädel! Was machst du mit mir? Am hoch. Ich muss vorsichtiger sein. Äh, ja. Hoch! Da wollte ich gerade rüberspringen. Ah, da lang. Da lang. Oh, fuck! Alles gibt nach. Yep. Alles gibt nach. Alles gibt nach, hat sie gerade gesagt. Oh, Mann. Was ist doch mal los? So laufen wir nicht. Ach, Leute. Das ist schwer. Okay. Alles gibt nach. Ja. Puh. Alter Schwede. Hoch! Oder runter. Ähm. Runter geht das nicht? Warum muss ich schwingen? Also runter definitiv nicht. Ich glaube, ich hätte den Schwung ausnutzen sollen. Genau. Ich muss weg. Ich habe gedrückt. Ich habe gedrückt. Ich muss weg. Ja. 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 Äh. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Schwung holen. Alles gibt nach. Ja. Schwung holen? Das war knapp. Das war knapp. Oh ja. Das war knapp. Das kann man so sagen. Okay. Äh, war zwar nicht ganz so intelligent, äh, elegant, aber wir haben es geschafft. Ich sehe die Pflanzen, aber will die jetzt nicht mitnehmen. Das ist jetzt auch nicht. Ach, egal. Rausziehen. Haben wir genug Zeit vertröddelt? Das sieht nicht gut aus. Die verlogene Stadt. Du bist zu spät. Du bist dahin. flowschi. Bäh! minimierende Stadtteile Schlauze die Nachsch биologische Luftflöße. Jetztcias der Kirche. Jetzt geht's euch wieder zum broke. Wir sind dafür nur ein Schuss. Wir haben es eine große Herausforderung. Wir haben es aber nicht. Oh, das wird nix. Oh, da wird gestöhnt. Ob das so gut war? Oh, das war ich nicht. Oh, das war ich. Oh, oh. 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 Ich bin froh, dass nichts passiert ist. Oh. 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 Niemand ist je von dort zurückgekehrt. Ich möchte es versuchen. Das wagst du nur, um den Kult aufzuhalten? Ja. Bringt ihn zu mir. Jonah. Geht's dir gut? Kennst du diesen Mann? Er ist mein bester Freund. Ist Abby... Mir geht's gut. Wer sucht noch nach dir? Niemand sonst. Ich glaube, wir verfolgen dasselbe Ziel. Wir bringen dich zur silberäugigen Schlange. Dein Freund bleibt hier. Wenn du lügst, wirst du nicht weit kommen. Und ihm wird es nicht gefallen. Das ist doch nicht nötig. Das ist schon gut. Ich warte hier. Edsley, bring dieser Frau frische Kleidung. Uchu. Du bleibst bei ihm. Ich bin so schnell es geht wieder hier. Okay. Ganz hübsch hier. Sei still. Die verlorene Stadt. Das ist unglaublich. Wir haben sie gefunden. So, aber dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Folge. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020